Hallo, mein Name ist Søren Schumann, ich bin ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und im heutigen Video geht es um das Thema Antibiotika. Antibiotika speziell bei Akne, bei Hautproblemen, aber auch allgemein. Wie sinnvoll ist der Einsatz? Ist es wirklich der medizinische Fortschritt, der uns immer gesünder macht? Oder gibt es da auch ein paar kritische Dinge, die man unbedingt beachten sollte? Die Antwort gibt es in diesem Video. Wir starten wie fast immer mit ein paar allgemeinen Fakten. Was heißt Antibiotika übersetzt? Antibiotika übersetzt, heißt sinngemäß gegen das Leben, also Antibiotika. Gegen das Leben, das klingt ja schon nicht mal so vielversprechend. Wie wirkt Antibiotika? Antibiotika kann nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Also klar, es killt Krankheitserreger, es kann Krankheitserreger abtöten, aber es tötet automatisch auch gute Darmbakterien ab. Es ist ungefähr so, als würde man aus einem Wald alle Sträucher raushaben wollen, aber legt einen fetten Waldbrand in der Hoffnung, dass die Bäume stehen bleiben. So kann man sich ungefähr den Einsatz von Antibiotika vorstellen. Klar, in einigen wenigen Situationen kann Antibiotika lebensrettend sein, da könnte man es gezielt einsetzen. Aber den flächendeckenden Gebrauch und auch in der Häufigkeit, wie es genutzt wird, mit der fehlenden Nachsorge, das halte ich auf jeden Fall für sehr, sehr gefährlich, wie das so gehandhabt wird aktuell. Und ja, was ist noch zu sagen? Hier kommen wir wieder auf das Thema Darmgesundheit, allgemein Darmflora zu sprechen. Man muss sich vorstellen, dass unser Darm aus ca. 30 bis 100 Billionen Mikroorganismen besteht. 30 bis 100 Billionen, das sind eine 30 bis 100 mit 12 Nullen noch hinten dran. So, und das ist, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Also die eine Seite sagt, das ist ungefähr die 10-fache Menge von den Körperzellen, die wir besitzen. Und andere Seiten sagen, dass das Verhältnis zwischen Körperzellen und Darmbakterien ungefähr gleich ist. Also 1 zu 1 oder 10 zu 1. Ich habe jetzt bei mir noch nicht nachgezählt, da würde auch recht lange dauern, deswegen kann ich jetzt da keine finalen Fakten nennen. Aber auf jeden Fall ist es bewiesen, dass die Anzahl der Darmbakterien extrem groß ist. Und ein weiterer Faktor, der mich fast aus den Socken gehauen hat, dass die Gesamtheit der Darmbakterien insgesamt 1 bis 2 Kilo wiegt. 2 Kilo Darmbakterien trägt man mit sich rum, beziehungsweise die dafür sorgen, dass man fit bleibt, dass die Nahrung optimal verdaut wird und so weiter. Das ist auf jeden Fall, ja, nicht schlecht. Es gibt natürlich verschiedene Quellen, wie man Antibiotika aufnehmen kann. Das Klassische ist natürlich, wenn man es vom Arzt verschrieben bekommt und dann einnimmt. Aber auch durch Produkten aus der Massentierhaltung, die mit Antibiotika gefüttert werden, damit sie überhaupt überleben können. Wenn man diese Erzeugnisse aufnimmt, mit der Nahrung hat man natürlich auch immer Antibiotika-Reste dabei. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade gering, dass auch resistente Keime dort drin sind, weil die Keime sich natürlich auch anpassen an die Antibiotika. Auch im Trinkwasser gibt es Quellen dazu, dass sich da anscheinend auch Antibiotika-Rückstände befinden, weswegen es umso wichtiger ist, dass man halt hochwertiges Wasser zu sich nimmt. Zum Beispiel über eine Umkehrosmose oder durch ein Destilliergerät kann man das sehr gut aufbereiten. Oder halt eine sehr, sehr gute Wasserquelle, also Quellwasser aus einer sehr, sehr guten Qualität zu sich nimmt. Wenn ich jetzt den Waldbrand gelegt habe, dann ist es danach viel, viel leichter für Dinge, die nicht vom Antibiotika abgetötet werden, den Darm zu besiedeln bzw. dort Überhand zu gewinnen. Das heißt, solche Sachen wie Pilze oder Mykoplasmen können sich viel besser vermehren, ausbreiten und können halt zu einem großen Problem werden. Also es ist überhaupt nicht selten, dass wenn man Antibiotika einnimmt, dass danach man ein Problem hat mit Pilzen. Egal ob das jetzt Scheidenpilz ist oder Candida-Pilz und so weiter, da gibt es verschiedene Ausmaße oder verschiedene Arten von Pilzen, die, wenn sie im Übermaß da sind, auf jeden Fall zu großen Problemen führen können. Das habe ich auch schon in dem Terpentin-Video erklärt. Ich verlinke euch hier unten nochmal mein Terpentin-Video. Sehr, sehr wichtiges Video. Und natürlich ist es immer wichtig zu betrachten, dass das große Ganze, also es gibt nicht nur Gut und Böse. Es muss Gut und Böse geben, damit das Ganze funktioniert. Also es muss halt die Darmflora immer in einer Symbiose herrschen. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl an eher schädlichen Bakterien, die aber ihre Daseinsberechtigung haben. Aber die Großzahl der Bakterien sollte halt, ja, sollten die guten Darmbakterien sein, wie zum Beispiel Milchsäurebakterien oder Bifidobakterien. Und wenn ich jetzt einfach Antibiotika einnehme, ohne danach den Darm wieder aufzubauen, ohne das Wissen überhaupt, weil welcher Arzt sagt schon, ja, hier, also da werden jetzt auch die guten Darmbakterien abgetötet, also du nimmst da bitte danach noch ein Probiotikum und ein bisschen Sauerkraut und fermentierte Lebensmittel. Wenn das halt nicht gemacht wird, dann kann es natürlich zu großen Problemen kommen. Das heißt, schwächeres Immunsystem, schwächere Verdauung und so weiter. Dann diese Pilze, die sich ausbreiten im Darm zum Beispiel oder in den ganzen Schleimhäuten. Das kann natürlich zu großen Problemen führen. Auch halt die Aufnahme der Nahrung. Wenn die Darmbakterien nicht mehr stimmen, wenn die Darmflora nicht mehr stimmen, kann die Nahrung nicht mehr so gut aufgenommen werden, die Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden. Und dann, wenn es dann zu Mängeln kommt, dann ist es natürlich immer sehr problematisch. Ja, nach diesem allgemeinen Einführungsteil hast du jetzt schon verstanden, dass ich das recht kritisch sehe, wie das gehandhabt wird und dass es wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten geben muss. Wir gucken uns jetzt nochmal speziell an, wie ist es dann beim Thema Akne und Antibiotika. Das wird auch sehr hoch angepriesen, sehr gern verschrieben von Hautärzten. Einfach mal Antibiotika verteilen. Man kann das einmal äußerlich auftragen oder auch innerlich einnehmen, also oral einnehmen. Und ja, warum macht man das überhaupt? Oder man geht davon aus, dass bei Akne-Betroffenen spezielle Bakterien stärker da sind, die für diese Entzündungsreaktionen sorgen. Die nennen sich Propionibacterium Agnes. Und es gibt halt diese Theorie, dass wenn man die bekämpft, diese Akne-Bakterien, dass ja dann die Akne geheilt wird. Dazu muss man aber wissen, dass diese Bakterien in der Haut eines jeden Menschen oder auf der Haut eines jeden Menschen vorkommen und dass es deswegen nicht gerade sinnvoll ist, die zu bekämpfen. Das Problem ist nämlich die Ursache, dass sie sich so stark vermehren können und dann zu diesen Entzündungsreaktionen führen, ist zum Beispiel die vermehrte Talgproduktion. Und dass sich das dann verstopft, dass sich dort Eiter bildet und so weiter. Das sind natürlich die optimalen Vermehrungsbedingungen für diese Bakterien. Das heißt, macht es jetzt Sinn, diese Bakterien anzugreifen? Klar, die hängen mit Akne zusammen. Aber macht es Sinn, die anzugreifen? Oder sollte man eher die Ursache angreifen, warum die in größeren Mengen auftreten und warum die zu diesen Entzündungen führen? Das, ja, die Frage sollte man sich stellen. Und da denkt man halt nicht weit genug. Deswegen muss man sich natürlich die Frage stellen, sind diese Antibiotikatherapien eine geniale Therapie oder eher ein Ursachenverstärker? Ich habe euch ja schon in mehreren Videos erklärt, was so die Ursachen sind für Hautprobleme, für Akne. Und wenn man jetzt mal eins und eins zusammenzählt, dann kann man natürlich auch schnell darauf kommen, dass durch diese Antibiotikatherapien die Ursachen von Akne noch verstärkt werden. Zum Beispiel, dass die Darmgesundheit nicht stimmt, dass sich Pilze ausbreiten im Darm, dass die Darmflora sehr stark angegriffen ist, dass es dadurch zu Mikronährstoffmängeln kommt, weil die Nährstoffe nicht mehr so gut aufgenommen werden können, dass das Immunsystem allgemein geschwächt ist und so weiter. Und da appelliere ich jetzt einfach an deinen Verstand und das Ganze mal zu überdenken, ob es Sinn macht, irgendwelche Bakterien zu bekämpfen und dabei halt das Immunsystem, den Darm und so weiter extrem zu belasten oder ob es vielleicht mehr Sinn macht, ja an den Ursachen zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass diese Bakterien nicht zu stark auftreten. Wie bereits angedeutet, bilden sich mit der Zeit natürlich auch Resistenzen, weil die Keime sind teilweise so intelligent, dass sie resistent werden gegen die Wirkung von diversen Antibiotika, worauf wir später auch noch eingehen werden, was natürlich auch ein sehr, sehr großes Problem ist, wenn man dann wirklich mal ein Antibiotikum braucht in einer lebensbedrohlichen Lage und dann reagiert das nicht mehr, also dann wirkt es nicht mehr. Das ist natürlich dann schwierig. Und wenn ich halt über die Massentierhaltung allgemein so schon diese Keime aufnehme beziehungsweise immer mit Antibiotika mich zuballere, dann wird das Risiko dafür ja nicht unbedingt geringer. So, was sind dann natürliche Antibiotika-Varianten und allgemein noch weitere Lösungen? Also Dinge, die ich schon selber ausprobiert habe, sind zum Beispiel Grapefruit-Kernextrakt, dazu habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich euch unten. Oreganoöl ist auf jeden Fall auch sehr, sehr mächtig, immer wenn die Leute um einen drumherum krank werden, einfach Oreganoöl nehmen, in eine Leerkapsel abfüllen, 1-5 Tropfen langsam steigern, über den Tag verteilt, kann man das schon 2-3 Mal einnehmen, diese Dosis. Das wirkt wirklich extrem gut. Und bei den beiden Sachen, also bei Grapefruit-Kernextrakt und bei Oreganoöl, wurde auch nachgewiesen, dass sie sogar gegen diese resistenten Keime wirksam sind, also dass sie stärker sind als viele Antibiotika aus der Schulmedizin. Es gibt natürlich noch viele weitere Sachen, wie zum Beispiel Koloidales Silber, habe ich jetzt selber noch nicht getestet, deswegen will ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Das soll auch äußerlich angewendet sehr, sehr gut wirken auf die Haut. Ich werde es auf jeden Fall noch testen. Wenn du Bock hast auf einen Erfahrungsbericht, dann schreib es mir in die Kommentare. Und Terpentin, hatte ich ja schon erwähnt, ist halt umso wichtiger, weil jeder von uns schon mal diese Antibiotika-Therapien hinter sich hatte und der Darm wahrscheinlich danach nicht fachgerecht aufgebaut wurde, ist es halt wichtig, um diese ganzen Pilze, Mykoplasmen usw. zu bekämpfen, die nicht von dem Antibiotikum angegriffen werden und dementsprechend nach so einer Therapie dann sich viel besser ausbreiten können. Allgemein sollte man darauf achten, viel fermentierte Lebensmittel zu sich zu nehmen, zum Beispiel Sauerkraut, Apfelessig wären so die Klassiker, auch solche Sachen wie zum Beispiel Brottrunk oder Wasserkefir, Kombucha-Tee. Das sind alles so Sachen, wo gute Bakterien gebildet werden, die man über die Nahrung aufnehmen kann. Man kann natürlich auch Probiotika einnehmen, um das Ganze noch zu unterstützen in Kapselform oder worauf ich vor einigen Monaten gestoßen bin, anorganischen Schwefel. Anorganischer Schwefel in der Kurzform wirkt halt so, dass er die ganzen schlechten Darmbakterien absterben lässt. Ich teste das seit einiger Zeit aus, bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht von der Wirkung, beziehungsweise nicht überrascht, sondern ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen damit gesammelt. Dazu wird demnächst auch noch ein Video kommen. Genau, also wichtig ist, dass man erstmal die pflanzlichen Alternativen, die keine Nebenwirkungen haben, ausprobiert. Also Oreganoöl kann ich auch wirklich sehr, sehr gut empfehlen. Auch in meinem Freundes- und Familienkreis, Leute, die sonst jetzt nicht so viel mit Gesundheit oder Naturherkunde oder gesunde Ernährung zu tun haben, schwören mittlerweile darauf, weil es halt sehr, sehr effektiv ist. Und dann halt, dass man den Darm wieder aufbaut mit den gerade eben besprochenen Maßnahmen. So, was sagt jetzt die Studienlage speziell zum Thema Antibiotika und Akne? Das gucken wir uns mal am Bildschirm an. So, hier sehen wir eine kleine Zusammenfassung. Und da hat man sich halt mit dem Thema beschäftigt, wie es bei Patienten ist oder bei Betroffenen, die über 25 Jahre alt sind, wie dort zum Beispiel Antibiotika gewirkt haben oder andere Maßnahmen. Und dort ist man auf das Ergebnis gekommen, bei 82% der Betroffenen oder der Teilnehmer bei der Studie, dass dort mehrere Antibiotika-Kuren nichts gebracht haben. Das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Fingerzeit. Übrigens, nette weitere Information, dass sich auch, ja, 32% hatten einen Rückfall, obwohl sie das Supermedikament oder den Superwirkstoff Isotretinoin genommen haben. Es wurden auch noch ein paar andere Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel wurde hier bestätigt, dass die Gene schon eine Rolle spielen, aber auf andere Dinge, wie zum Beispiel Ernährung, Entgiftung und sowas oder einfach Nährstoffversorgung bzw. Nährstoffmängel, dort wird hier leider nicht eingegangen. Aber das waren jetzt schon mal so die ersten Erkenntnisse, dass halt anscheinend bei 4 von 5 Leuten die Antibiotika-Behandlung nichts bringen. Und ich meine, selbst wenn bei den restlichen 20%, wo die Akne dann aufgehört hat, muss es ja nicht an dem Antibiotikum gelegen haben. So, hier haben wir ein kleines Review, wo insgesamt 53 Veröffentlichungen begutachtet wurden oder analysiert wurden. Und eine wichtige Erkenntnis war, dass die Resistenz der Akne-Bakterien, über die ich gerade schon gesprochen habe, was so die Theorie ist, dass die angestiegen ist von 20% 1978 auf 62% 1996. Das sind natürlich schon besorgniserregende Fakten hier, dass die Resistenz sich verdreifacht hat. Da sieht man schon, dass es nicht unbedingt der richtige Weg ist, diese Bakterien dauerhaft mit Antibiotika zu bekämpfen. Und hier auch interessant bei den Schlussfolgerungen, die man hier getroffen hat, wird gesagt, dass eine Antibiotika-Therapie ineffektiv sein wird und unangemessen. Und, ja, dass es wichtig ist, halt dieses therapeutische Vorgehen, was hier, also was erhält und als falsch erachtet wird, halt zu ändern. Natürlich sind noch weitere Untersuchungen nötig, aber hier wird schon dazu aufgefordert, auf jeden Fall, dass man das stark überdenken sollte und dass man eher nach anderen Möglichkeiten suchen sollte. Dann hier noch ein Aufsatz aus einem medizinischen Journal oder aus einem dermatologischen Journal, wo es auch um diese Akne-Bakterien-Theorie geht. Und hier steht auch, dass die Beweise für die Theorie, dass die halt zutrifft, ja, dass die Bakterien, sagen wir mal, die Ursache dafür sind, ja, leider falsch sind oder dass die Beweise nicht da sind. und hier wird noch mal gewarnt, ja, vor dem Thema Resistenzen. In einer Zeit, wo immer mehr Antibiotika-Resistenzen auftreten, sollte man halt wirklich zweimal drüber nachdenken, ob man jetzt, ja, zu solchen Praktiken greift und das Ganze noch fördert. Und, ja, allgemein sollte man halt die Rolle von diesen Propioni-Bakterien beim Thema Akne stark überdenken, was ich ja auch schon gerade am Flipchart erklärt habe. So, das war es so mit den Studien, die ich zum Thema Antibiotika und Akne gefunden habe oder mit den Aufsätzen, mit den wissenschaftlichen Artikeln. Es gibt zum Beispiel sehr gute Studien, die belegen, dass große Antibiotika-Mengen oder häufige Therapien das Diabetes 2 risikoextrem anerhöhen beziehungsweise dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit, fettleibig zu werden. Also es gibt quasi einen klaren Zusammenhang zwischen Antibiotika-Therapien und Fettleibigkeit, um jetzt nur eine Sache zu nennen hier. Genau, soviel zu der Studienlage oder zu der wissenschaftlichen Lage. So, Fazit zu diesem Video. Antibiotika-Anwendungen machen in den wenigsten Fällen wirklich Sinn. Man sollte sich erstmal auf ja, pflanzliche, natürliche Antibiotika-Alternativen konzentrieren, die keine Nebenwirkung haben beziehungsweise wenn man solche Antibiotika-Therapien durchführt, dann halt danach den Darm wieder aufbauen mit verschiedenen Maßnahmen. Es macht nicht wirklich Sinn, einen kompletten Waldbrand zu legen, dann zu hoffen, dass nur die Sträucher abbrennen und dass die Bäume stehen bleiben und auch speziell beim Thema Hautprobleme äußerlich, innerlich angewendet. Wie gerade schon gesehen, ist es nicht so effektiv. Allgemein, die Theorie wird sehr, sehr kritisch gesehen. Ja, kann sogar die Ursachen verstärken. Genau, jetzt sollst du dir beim nächsten Mal, wenn dir dein Arzt oder Hautarzt-Antibiotika verschreibt, dann wirklich drüber nachdenken, ob es wirklich Sinn macht und dann für dich selber entscheiden. In wenigen Ausnahmesituationen kann es wirklich Sinn machen, aber in der Grundregel ist das Ganze sehr, sehr kritisch zu sehen. Ich würde nicht wie dir über dein Feedback freuen, über deine Kommentare. Zum Beispiel, ja, hast du schon sehr oft Antibiotika nehmen müssen beziehungsweise verschrieben bekommen? Wie sind deine Erfahrungen damit? Hast du danach Probleme? Hast du danach Verdauungsprobleme? Hast du dich danach allgemein schwächer gefühlt? Hast du Erfahrungen mit natürlichen Alternativen, zum Beispiel Oreganoöl oder Grapefruitkernextrakt oder Koloidales Silber? Gibt ja noch viele andere Sachen. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. In einem der nächsten Videos geht es dann um den anorganischen Schwefel. Nochmal sehr, sehr ausführlich. Also seid gespannt. Das war es erstmal von diesem Video. Haut rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.